Das bedeutet, ich habe dann um 1 Uhr meine Fettburner genommen und meine Vitamine und Mineralstoffe, habe viel getrunken, da kommen wir auch noch gleich zu und um 16 Uhr kam wieder so ein bisschen der Hunger, dann habe ich ein bisschen gewartet, dann war ich erstmal kurz einkaufen, habe so ein paar Sachen geholt, die ich für heute Abend brauche. 17 Uhr, zack, habe ich wieder meine Fettburner genommen. Der Vorteil, wenn ihr das so häufig macht, so 9, 13, 17, 20, 24 Uhr, wenn ihr das so häufig macht, dann habt ihr immer so einen konstanten Level. Viele machen den Fehler in die Morgens so 3 Stück ein, dann ist der ganz schwindelig und ganz übel, dann geht das irgendwann runter, dann kriegen sie einen tierischen Kohldampf, dann essen sie unheimlich viel und 2 Stunden später gibt es ja wieder Fettburner, dann ist es wieder schwindelig und übel. Deshalb nehmt konsequent so ein Level ein und nehmt gern mehr Fettburner, als draufsteht. Oftmals steht drauf, nehmen Sie 2 Kapseln täglich, mehr aber nicht. und es bringt gar nichts. Das heißt, ihr könnt ruhig mehr nehmen, wenn ihr mehr vertragen. Wir sind alle unterschiedlich, also ihr müsst herausfinden, okay, ich nehme erstmal eine, merke ich was? Nö. Nämlich 2. Oh, die sind aber stark. Oh, 2, super.